So ihr Lieben, bringen wir mal ein bisschen Ruhe in die Energie rein und ja, mein Tag, herzlich willkommen, war erfolgreich, hatte heute einen Tante Miranda und Neffentag, war wunderschön und deswegen dachte ich, mich legt nochmal was in der Hoffnung, dass auch mal was Schönes rauskommt, ne? So, die heutige Legung war ja doch ein totaler Brummer, wir starten mit den Akasha-Chronik, na dankeschön, gut genug, so wie du jetzt bist, bist du genau richtig und vollkommen. Natürlich nur annehmen, verliert den Verstand nicht durch die Karten, sondern gewinnt an euren Impulsen, ich sag's jedes Mal am Anfang und ja, vorhin war wieder so ein schöner Kommentar, für wen spreche ich? Ich, ich hab's ein bisschen sarkastisch runtergeschrieben, für den Clown mit der roten Nase, sag mal, woher soll ich es denn wissen, ja? Also die Menschen, ich bitte euch, bitte verlasst meinen Kanal, es matcht nicht, ja? Ich lege nicht Karten für jemanden, der nicht mal weiß, warum er Kartenlegen anguckt, das ist ja absurd, ja? Ende. Gut genug, da reicht es dann auch, ja? Es war eine schöne Reise mit einigen, aber wenn man hier wirklich denkt, steht hier auf dem Banner Gott Miranda oder so, oder hab ich was verpasst, oder was ist hier schiefgelaufen? Ja, gut genug, es reicht jetzt, es ist gut genug für mich in diesem Thema und du, für dich solltest wirklich sehen und ankommen, dass du gut genug bist. Mit der 23 Quersumme 5, ich hoffe, es ist nicht eine 32, okay, hätte ja sein können, manchmal, manchmal peile ich nicht, spiegelverkehrte Bilder, da macht mein Hirn nicht mehr mit. Und ja, wahrscheinlich hast du hier wirklich Stress hinter dir, eine stressige Phase. Vielleicht hast du aber auch daraus Nutzen ziehen können, dein Ziel verfolgen können oder erstmal dein Ziel auch gesehen, ja? Ist auch nicht selten, dass man erstmal Ziele für sich selbst wieder neu findet, weil die sind ja nicht sofort da, ja? So wie du jetzt bist, bist du genau richtig und vollkommen, nimm das einfach an, find wer die Quersumme vorm Tarot Hierophanten mit der Stierenergie, bleibe bei dir, bleibe anwesend, bleibe in der Standfestigkeit von dir selbst, bleib da stehen, wo du gerade bist, fall nicht rückwärts. Weil das scheint wirklich gerade deine Energie zu sein, wenn du dich hier angesprochen fühlst und wenn du sagst, ja, du fühlst immer mehr Eigenliebe zu dir selbst oder für dich selbst, kann auch sein, dass du dich gerade verwirklichst, realisierst und verwirklichst, weil der Hierophant ist wirklich eine sehr ausgeprägte, irdische Energie, ja? Die auf Erfahrung basiert oder beruht. Das, was man als Erfahrung erlebt hat, wird einem irgendwann so viel Gold wert sein, dass du mit diesen ganzen Erfahrungen eine Schatztruhe öffnen kannst und daraus ernten oder auch nutzen hast, ja? Aus den ganzen Erfahrungen, negativ wie positiv, völlig egal. Wir haben hier, ja, es bleibt bei der irdischen Energie, wir haben die Münzenergie, König der Münzen. Ich glaube ganz stark, du hast etwas im Sinn. Du möchtest hier auf irgendetwas lossteuern, hast ein Ziel, König der Münzen ist wirklich jemand, der zieht durch, ja? Der lässt sich hier gerade nicht abbringen von deiner Energie oder von seiner Energie, von ihrer Energie, männlich wie weiblich, ganz egal. Das ist straight durchziehen. Vielleicht sehr viel Emotionales hinter dir lassen, jetzt wird durchgezogen, aber weil du es gerne machst, nicht weil du musst und auch nicht unter Druck. Du hast dir eventuell sogar sehr viel Zeit gelassen, auch mit diesem gut genug. Deine Linie, deine Zeit, die du dir hergenommen hast, ist so, wie du es für dich am besten gehalten hast, ja? Wie es für dich richtig war. Niemand, der rummusert, niemand, der dir sagt, mach mal schneller, mach mal langsamer. Nee, doch nicht, passt nicht der Beruf. Dieser Mensch passt nicht zu dir. Wird du nicht mal anders? Nein, das kommt von dir, ja? Du ziehst hier ordentlich durch, du ziehst ordentlich an, also wirklich an Energie oder auch an Sprachfehler, kann auch sein. Aber hier wird wirklich etwas umgesetzt. Mein Gott, ihr wartet mal. Willgong. Umgesetzt. Der Tag wird kommen, der Tag ist da, der Tag, das Ziel rutscht immer näher. Ja, was ist denn mit mir los? Sag mal, ich fang gleich nochmal von vorne an. Aber so, dass ihr wirklich bei seid, ja? Ich mach nicht aus. Aber was ist los gerade? Das Ziel muss verfolgt werden. Es gibt hier den Tag, den du vielleicht noch gar nicht sehen kannst. Du hast aber ein Ziel vor Augen. Und bestätigt wird das Ganze durch das Gericht. Durch dein Fleiß wird hier etwas auf dich zukommen, zurollen, in menschlicher Energie und Form, sowie auch beruflich eine Weiterbildung. Vielleicht kriegst du auch Angebote, die aus dem Nichts kommen. Es ist nicht alles planbar, ja? Von daher wissen wir manches auch nicht. Und deswegen kann es sehr zukunftsorientiert klingen, weil wir das Leben nicht komplett in der Hand haben. Wir können es lenken, wir können es steuern, aber was auf diesem Weg trotzdem noch passiert, kann sich jeden Tag ändern. Das wisst ihr selbst. Wir haben hier eine Energie. Du wirst zu deinem Hauptpunkt definitiv ankommen. Und es wird nichts mehr so sein, wie bisher. Entweder arbeitest du da kräftig dran. Das ist auch der Sinn und Zweck. Oder du siehst es gerade noch gar nicht so kommen, dass sich hier sehr viel verändern wird ab diesem Tag X. Mit dem Gericht wird sich hier drastisch etwas ändern. Drastisch etwas ändern. Wir haben acht der Stäbe, die Powerkarte. Machen wir gleich weiter, weil sonst gibt es ja nichts anderes zu sagen. Habe ich ja schon gesagt. Sie haben auch Power, die Karten. Ja, wir haben Ass. Ja, hier liegt sie. Guten Tag. Ach, das freut mich doch. Ich habe mir so schön oder beziehungsweise habe mich so gefreut auf eine positive Energie. Wir haben Ritter der Schwerter. Was auch immer hier los ist. Es könnte sehr unangenehm werden in der Kommunikation. Passt mal auf, ihr werdet hier Menschen treffen oder auf einen Menschen, auf eine Gruppe. Treffen, wo ihr so ein bisschen geschockt seid von der Kommunikation, ja. Wo ihr denkt, oh Gott, was ist denn das für ein ruppiges Kommunikationsgewühle. Ritter der Schwerter ist ja immer so, boah, mehr so ohne nachzudenken. Einfach direkt geradeaus. Es könnte sein, dass du hier ein bisschen abgeschreckt bist. Aber letzten Endes, der Witz des Jahrhunderts oder auch dein Glück des Jahrhunderts wird sein, genau das ist jemand, von dem du es gar nicht erwartet hättest. Hier kommt eine Energie oder etwas rein, was sichtbar nicht so für dich positiv lag, ja. Du wirst dich freuen, dass es so kommt, aber du wirst erst mal abgeschreckt sein und dir denken, er wird eh nichts. Oder oh Gott, was ist schon wieder für ein Reinfall. Lass dich davon nicht irritieren, dass hier ein Mensch so auftreten könnte oder wird. Und das ist vielleicht nur zum Eigenschutz oder wie auch immer, ja. Aber die Basis oder das Ziel ist hier die Chance auf das Große. Und zwar in so einer kompletten Kettenreaktion. Das große Ganze zum Kompletten. Also die Chance besteht, hier das große Ganze zum Kompletten zu machen, ja. Oder komplett zu machen. Eine richtig schöne, große Chance. Wir haben hier die Magie. Wir haben den Magier. Es wird magisch werden. Unter Umständen kannst du dir teilweise vielleicht gar nicht erklären, was hier gerade passiert. Es ist hier so eine Art Meisterprüfung, die du vielleicht noch nie so gefühlt oder gesehen hast oder gedacht hast, dass sie auf dich zukommt. Wir haben 10 der Münzen. Boah. Ist ja fantastisch. Ey, ich hab mir das so gewünscht. Was ist denn hier los? Um Gottes Willen. Ey, also ich zeig's euch. Das ist ein magischer Moment. Guckt euch das an. Wenn ihr selbst Tarot macht oder euch mit Karten beschäftigt. Der magische Moment, ja, das, worauf du hingearbeitet hast, wo du vielleicht viel Kraft lassen musstest in der Vergangenheit, viel Geduld lernen musstest, auch immer wieder von vorne anfangen musstest, etwas aufzubauen, lohnt sich hier. Deine Arbeit hat sich gelohnt, um hier in die Verbindung reinzukommen mit zwei der Kälte und das Ganze aufrechtzuerhalten. Also es sind ja fast alle Topkarten, bei denen man sich hier wünschen kann. Und vielleicht kam es deswegen oder kommt es deswegen zustande, weil du endlich verstanden hast, du bist gut genug. Die Prozesse, die vielleicht alle vorher stattgefunden haben, wo man dich bemängelt hat oder wo man dich gerade richten wollte, wo es nichts gerade zu richten gibt, wo du dich erstmal finden musstest. Du bist gut genug und mit dieser Einstellung, mit dem Hierophanten, ist das sozusagen wirklich deine Schatzkiste, durch die Erfahrung jetzt zu leben und die Schatzkiste öffnen zu dürfen. Also ist ja wirklich Ast rein. Du kommst hier bei 10er Kälte, 10er Münzen an. Die Chance liegt hier, magische Momente in einer Verbindung. Verbundenheit mit Orten, Berufen, Menschen, ja. Die Verbundenheit ist einfach da, ohne dass du was machen musstest. Und das ist einfach auch dein Ziel, dein Preis, weil du angefangen hast zu leben, weil du angefangen hast, etwas zu machen, für dich selbst umzusetzen. Alleine nur eine Zielangabe, die nicht mal mit diesem Thema was zu tun haben muss, hat dich hier in diese Energie reingebracht, weil du wieder da bist, ja. Du bist da. So könnte man das wirklich sagen. Du bist aufgestanden, du bist wieder da. Und diese Energie, dieser kleine Ruck, war dir vorher nicht bewusst, was sie hier für Wirkung mit reinbringt, ja. Wir haben vier der Stäbe, ey, ist ja fantastisch. Du wirst hier etwas neu ausbauen, ja, ausbauen passt auch, oder aufbauen, aber das hält, ja. Wir haben hier vier der Stäbe, das hält. Es ist hier eine, oder du kommst hier in eine sehr sichere Bindung, Veränderung rein, die gehalten und getragen werden kann und wird, ja. Die Sicherheit ist natürlich nicht von Anfang an gegeben, ja, aber hier kommt etwas rein, woran du festhalten kannst, wo andere auch mit dir festhalten. Du musst dich alleine alles festhalten. Hier ist einfach auch wirklich die Stabilität zu sehen. Wir haben den Neuanfang. Das ist aber, was ist denn heute los? Ich bin völlig erschrocken. Stimmt, stimmt mit dem Stapel hier alles? Also so wunderschön. Ich hatte wirklich den Wunsch, dass endlich mal was Positives rauspoltert. Und hier kommt es rein, ja. Ade. Für mich ist heute das eine Transformationskarte, sage ich dir ganz ehrlich, weil du findest dich hier absolut neu wieder. Du machst hier den Sprung in die Freiheit, ja. Du machst hier den Sprung nach vorne und fühlst dich wirklich wie neu geboren. Nach allem mit diesem, du bist gut genug. Du hast es hier verstanden, du bist angekommen, ja. Du machst hier wirklich einen Freiheitssprung. Du hast hier einen Freiheitsdrang. Wunderschön. Mit dem Schicksalsrad oder Rad des Schicksals, wie auch immer. Da ist die Zukunft, ja. Das ist es. Dein Schicksal. Dein Schicksal nimmt hier jetzt einen Lauf. Erstmal gut zu sein. Vor Schatten sind wir alle nicht bewahrt, ja. Aber du kannst den größten Teil so tragen und führen, dass du zumindest auf deine eigenen Schatten aufpassen kannst. Hier ist Glück, 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 Glückseligkeit. Der Freiheitssprung. Du hast die Prüfung bestanden oder kommst dir gerade in deine Prüfung rein. In dieses fette Los. Jackpot gezogen, ja. Jackpot gezogen. Gelitten hast du lange genug. Du hattest auch richtig den Drang, danach dich wieder rauszubewegen. Lebhaft und lebendig zu sein, ja. Du hast dir bestimmt wirklich zeitweise das Gefühl gehabt, ja, es könnte besser sein. Oder du hast dich wirklich innerlich tot gefühlt, ja. Es war irgendwie, ja, es war da, es war okay. Es war aushaltbar, tragbar. Aber so richtig hat dir hier diese Lebensfreude gefehlt, ja. So dieser letzte Schliff irgendwie, dieser letzte Punkt, du dachtest vielleicht auch alles ist okay momentan, ja. Aber da kommt was rein, wo du nochmal denkst, oh mein Gott, ja, das geht ja noch weiter. Das ist ja sowas, was du nie kennenlernen durftest. Hier geht es irgendwo rein in, ja, das steht fest, ja. Es ist hier eine klare Sache, du wirst hier keine Fragezeichen drin haben. Mit den Leuten, mit denen du zu tun hast, wird die Gespräche, die Kommunikation, die Verhandlung, der Vertrag, alle, die da kurz bevorstehen, könnte es für viele, nicht alle, aber für viele, wenn es um das Thema geht, jetzt hier wirklich ein Reinheitsgebot geben. Es wird abgeklatscht, ja. Und zwar zu deinem Gunsten. Verträge jeglicher Art, Pläne jeglicher Art, auf das, was du wartest, hat hier ein Ende. Es wird besiegelt mit Ast der Schwerter. Kommunikation, absolute leichte Kommunikation, keine Sprachbarrieren, keine Menschen um dich rum, gerade momentan oder aktuell, die noch zukünftig auf dich zukommen, wo du das Gefühl hast, ich würde mal nicht verstehen, wie es ewig so war. Ja, deine Blockaden werden wegtanzen. Du kommst nicht mehr in dieses Blockadenfeld rein. Wir haben hier den König der Schwerter. Hier spricht jemand zu dir und für dich. Hier nimmt dich jemand sogar in Schutz oder lehrt dich, je nachdem, welche Energie jetzt hier zutreffend ist. Vielleicht stehst du auch unter jemandem, von dem du sehr viel lernst. Aber hier kommt mit König der Schwerter eine Energie. Kommunikativer Schutz, mentaler Schutz, ja. Es ist hier eine Ebene erschaffen, wo beide gleich denken. Wo beide sich selbst fühlen, selbst wenn sie nicht zusammen sind, so nach dem Motto. Und da haben wir ihn wieder widerspiegelnd. Ich mache Schluss, ich bin ja begeistert. Der Hierophant setzt nochmal die Krone auf das Ganze mit diesem Abschluss. Das ist deine Truhe, ja. Das ist die Kiste, aus der du lernen wirst. Für einige, ja. Je nachdem, ob ihr das richtig fühlen konntet oder ob auch genau so eine Emotion bei dir hochkommen oder du dich gerade in dieser Linie befindest, deine Erfahrungen sind eigentlich Gold wert. Die schlechten Erfahrungen könntest du zu Gold umwandeln, ja. Weil auch damit bist du geschützt in der Zukunft. Du wirst diesen Fehler nicht unbedingt nochmal machen wollen oder werden, ja. Hier spiegelt er sich wieder, die Stierenergie, der Hierophant, die Energie. Hier kommt was. So wie ich es gesagt habe am Anfang, ja. Oder nicht wie ich es gesagt habe, sondern wie es hier stand. Es ist die Kartenführung, ihr Lieben. Der Hierophant, den ich beschrieben habe, schließt das Ganze wunderschön ab und wir haben eine Botschaft mit, Achtung, Sätze, Prioritäten, machst du aber mit König der Münzen und hier setzt auch jemand für dich Prioritäten mit, König der Schwerter, ja. Kann Frau, kann Mann sein, egal wer. Ein Chef, Familienzusammenführung, Verträge, neue Wege, neue Vereinigungen, neue Verbindungen, Umzüge. Es kann sich ja alles auf den Kopf stellen. Es kann alles neu werden, ja. Weil du hier verstanden hast, du bist gut genug. Du setzt jetzt für dich die Priorität Nummer eins. Bist du, was möchtest du? Und genau diese Menschen werden dir zur Seite gestellt durch die Erfahrung, die du bisher bis zu dieser Energie hier gelebt hast, ja. Ihr Lieben, auch das freut mich voll. Das finde ich wirklich schön. Danke fürs Einschalten. Macht's gut. Habt noch einen schönen Rest Montag. Mal gucken, wann's dann oben ist oder freigeschaltet wird. Mir, also wirklich, mir war, mir war wirklich total danach, es war schwer, ja. Die große Legung war heute schwer und ich dachte mir so, oh nee. Irgendwie wär's schön, auch mal was Leichteres zu bekommen. Und bam, da ist sie. Apelgong, Tschögong, Äh, Tschöwillgong. Nee, was sagen die anderen immer falsch? Tschögong. Ach nee, Tschögong, verstehen die meisten immer, ne? Tschögong, ja. Beruhigt wahrscheinlich auch. Aber bei mir ist es eher so Tschö. Tschüss. Tschö, Gong. So, ihr Lieben. Bin raus. Bis bald. Tschüssi. Tschö, Tschö. Tschö.